So, heutiges Tutorial iPad Keynote. Da muss man dann da drauf drücken und also ich werde jetzt erstmal jedes Menü einzeln erklären und wenn wir dann so zehn nach zehn Stunden fertig sind, kommen wir zum praktischen Teil. Ja, Hallihallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Es wird definitiv kein langweiliges, schnürtes Tutorial zu Keynote auf dem iPad, wo ich dir erstmal jeden einzelnen Button einzeln erkläre, bevor es richtig praktisch wird. Nein, du sollst gleich von Anfang an wirklich praktisch mitmachen. Das heißt, schnapp dir dein iPad und dieses Video und wenn du dieses Video direkt auf dem iPad schaust, dann empfehle ich dir, schließ einfach mal alle anderen Apps, sodass nur noch YouTube mit diesem Video und Keynote offen ist und dann kannst du wunderbar mit der Vierfingergeste hier zwischen den einzelnen Apps, also zwischen dem YouTube Video und Keynote hin und her switchen und kannst direkt auf dem iPad das nachmachen, was ich dir gleich zeige. Denn du wirst an einem Produkt, was du dann am Ende erstellt hast, direkt schon die wichtigsten Werkzeuge kennenlernen, die nötig sind, damit du wirklich schon mal die Grundlagen hast, um selbst eigene Sachen zu produzieren. Was bedeutet, dass du schon mal sehr viele Werkzeuge kennenlernst, aber eben nur mal ansatzweise. Und in den folgenden Videos werde ich dann wirklich im Detail auf diese einzelnen Werkzeuge eingehen, was man damit alles noch machen kann. Damit du die folgenden Videos nicht verpasst, rate ich dir, diesen Kanal auf jeden Fall zu abonnieren, so wie es da unten in dieser Animation zu sehen ist. Auch die habe ich übrigens in Keynote erstellt und zwar ausschließlich in Keynote. Und folgende Animation habe ich auch nur in Keynote erstellt und das Ganze mit nur einer einzigen Folie. Wie du diese kleine Animation in Keynote auf dem iPad erstellst, das erfährst du, jetzt in den nächsten Minuten. Los geht's! Also gut aufpassen, ja? Wenn du Keynote auf dem iPad öffnest, dann bekommst du erst mal die gleiche Ansicht wie in der Dateien-App auch. Das heißt, du kannst Speicherorte auswählen, du kannst dich durch Ordner durchnavigieren, neue Ordner anlegen, eine Keynote-Präsentation löschen. Alles, was nicht mit Keynote zu tun hat, wird ausgegraut angezeigt. Also das ist der große Unterschied zur Dateien-App. Hier hast du nur Zugriff auf Keynote-Objekte. Ein weiteres wichtiges Kriterium hier bei Keynote ist der, dass Dateien bzw. Keynotes, welche du erstellst, direkt schon abgespeichert werden. Gehst du hier auf Präsentation erstellen, wird die Datei in diesem Ordner auch abgelegt. Gehst du hier oben auf diesen Plus-Button, dann wird die Datei auch direkt schon gespeichert, aber im Standard Keynote-Ordner. Und der ist entweder auf deinem iPad oder, weil ich die iCloud Drive und Keynote zusammen verwende, ist dieser Ordner auf der iCloud Drive Keynote vorhanden und dort wird dann standardmäßig eine neue Keynote auch abgelegt. In dem Fall wähle ich aber direkt schon den Speicherort aus, wo ich meine Präsentation haben möchte und gehe dann auf Präsentation erstellen. So, und dann wird man gefragt, ob man ein Thema auswählen möchte oder Gliederung. In dem Fall Thema auswählen. Hier bekommst du eine große Auswahl an verschiedenen Vorlagen, aber das eigentlich Wichtige findest du oben rechts in diesem 3-Punkt-Menü. Denn da kannst du einstellen, ob du das 16 zu 9 oder 4 zu 3 Format auswählen möchtest. 4 zu 3 wäre für Präsentationen auf alten Beamern im 4 zu 3 Format, so dass du das volle Bildschirmformat ausnutzt vom Beamer ohne schwarze Ränder oben und unten. Oder wenn du deine Präsentation entsprechend hier auf dem iPad durchführst, dann wäre auch das 4 zu 3 Format sinnvoll. In den meisten Fällen präsentiert man es aber auf neueren Beamern oder auf Bildschirmfernsehern, die ein 16 zu 9 Format haben. Deswegen bist du mit 16 zu 9 Format in der Regel ganz gut dabei. Das kann man übrigens auch im Nachhinein noch abändern, aber dann sieht eine Präsentation oft etwas komisch aus. 16 zu 9 Format ist eingestellt und jetzt hier Standard weiß auswählen. Sobald die Präsentation geöffnet ist, wird auch diese direkt abgespeichert und zwar unter dem Standardnamen Präsentation. Wenn du auf den Namen drauf tippst, dann kannst du den auch umbenennen oder auch die Präsentation an einen anderen Speicherort bewegen. In dem Fall einfach mal die Präsentation umbenennen schnell und zwar auf Keynote Tutorial. So soll das Ganze bei mir heißen und das Ganze wurde jetzt entsprechend umbenannt. Du wirst hier in Keynote wie auch in allen anderen iOffice Apps keinen Button zum Speichern finden, denn diese ganzen Apps speichern automatisch, also kontinuierlich. Jedes Mal, wenn du etwas geändert hast, wird wieder der aktuelle Zustand gespeichert. Ansonsten sollte mal das Speichern nicht möglich sein, wird es dir hier angezeigt mit dem Feld sichern. Ja, ansonsten fällt dir wahrscheinlich auf, wir haben hier eine sehr, sehr schlanke Ordnerstruktur, was nicht heißt, dass wir nur wenige Werkzeuge zur Verfügung haben. Und das mache ich dir mal am wohl wichtigsten Menü-Button, diesen Pinsel hier deutlich. Denn du kannst in Objekten denken. Dieses Pinselmenü steht für, wenn du einen neuen Anstrich verpassen möchtest, also einem Objekt einen neuen Anstrich geben möchtest. Zum Beispiel ist jetzt gerade die Folie ausgewählt, sprich das Pinselmenü passt sich entsprechend diesem Folienlayout an. Wähle ich jetzt einen Text aus, dann passt sich das Pinselmenü entsprechend des neuen Objekts, diesem Text hier, entsprechend auch an. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip, dass du das verstanden hast, denn sonst suchst du dir wahrscheinlich einen Bär ab für eine bestimmte Funktion, welche halt nur dann sichtbar wird, wenn bestimmte Dinge ausgewählt sind. Übrigens, das Pinselmenü erkennt auch, wenn mehrere Objekte ausgewählt sind. Und dann wird es nämlich spannend, weil dann kommen auf einmal neue Funktionen hinzu. Dazu aber gleich mehr. Ja, wie navigiere ich hier? Da werde ich dir jetzt nicht jeden einzelnen Schritt erklären. Ich glaube, mit der ganzen Touch-Bedienung wirst du wahrscheinlich schon vertraut sein und dass man hier reinzoomen kann und dass man vielleicht nochmal auf ein Pinselmenü draufdrücken kann, um hier mehr Arbeitsfläche zu gewinnen. Das kannst du ja selber einfach mal ausprobieren. Aber Dinge auswählen ist ja klar. Ich kann es einzeln antippen. Wie kann ich aber mehrere Objekte gleichzeitig antippen? Jo, einfach ein Objekt auswählen, halten und mit dem Finger die Objekte noch auswählen, welche du auch noch ausgewählt haben möchtest. Wenn du zu viel ausgewählt hast, nochmal drauf tippen, dann wird die Auswahl aufgehoben. Möglich ist es auch, wenn du wirklich alles auswählen willst, drauf tippen auf eine leere Stelle und dann alles. Und eine weit nicht bekannte Funktion bei vielen ist mit dem Finger draufdrücken, halten und ziehen. Und so kannst du auch mit dem Auswahlfeld das auswählen, was du auswählen willst. Und jetzt bitte einfach mal alles auswählen und löschen. In dem Fall habe ich jetzt nochmal auf das Feld draufgetippt, damit dieses Schnellmenü oder der Schnellzugriff kommt und dann gehe ich auf löschen. Mit einer Tastatur wäre das natürlich die Rücktaste. Okay, wir brauchen einen kleinen Hund und diese Animation. Und wenn du was hinzufügen möchtest, dann brauchst du das wohl zweitwichtigste Menü und das ist das Plus-Menü. Da oben das Plus-Menü, da kannst du immer alles hinzufügen. Kannst du dir ganz gut merken, diese zwei Menüs, Pinsel und Plus, das ist somit das Wichtigste. Ja, wo finden wir denn jetzt so eine kleine Hundeform? In diesem vorletzten Feld Form. Dort bekommst du neben dem Textfeld und rudimentären Formen noch eine ganze Palette an Kategorien. Da gibt es auch noch die Kategorie Tiere. Und da kann man dann sich den Hund raussuchen. Wenn du aber jetzt von vornherein schon weißt, wir wollen doch eigentlich wirklich den Hund, dann nutzt einfach die Lupe als Suchfunktion und gib hier Hund ein und dann wird dir alles angezeigt, was mit dem Hund zu tun hat. Du wirst bei dir wahrscheinlich diese Form Hund ohne Leine nicht haben. Das hat einen speziellen Grund und den wirst du gleich sehen. Aber du wirst diesen frei laufender Hund, auch ein bisschen paradox, frei laufender Hund mit Leine, egal, den wirst du haben und den brauchen wir jetzt. Den kannst du anklicken, dann erscheint er hier in der Mitte oder du ziehst ihn dir mit gehaltenem Fingertipp einfach an die Stelle, wo du ihn haben möchtest und lässt los. Auch diese Form kann ich grundlegend bearbeiten. Aber wenn ich dir jetzt sage, naja, da kannst du die Farbe verändern und was weiß ich, das ist eine ziemlich langweilige Funktion. Das wirst du rausfinden. Wo verändere ich eigentlich nochmal was? Richtig, einen neuen Anstrich verpassen, heißt Pinselmenü. Dort kann ich natürlich Dinge verändern. Da kannst du selber einfach mal ausprobieren, was man da alles machen kann. Ich zeige dir jetzt eine sehr nützliche Funktion in Verbindung mit Formen. Denn im Untermenü Anordnen hast du hier die Möglichkeit, die Form auseinanderzubrechen. Und das ist immer dann möglich, wenn die Form aus einzelnen, nicht verbundenen Formen besteht. Wenn ich hier drauf tippe, dann wird die eine Form auf einmal in drei einzelne Formen gesplittet und ich kann jetzt jeder einzelne Teil einzeln bearbeiten. Und in dem Fall wähle ich jetzt hier diese Leine aus und lösche diese Leine weg. Jetzt habe ich diese zwei einzelnen Objekte, kann die einzeln voneinander bearbeiten. In dem Fall möchte ich dir jetzt aber eine weitere Funktion zeigen, die sehr speziell ist, nämlich wir wählen beides mal aus und haben jetzt die Möglichkeit, diese einzelnen Formen hier unter dem Pinselmenü Anordnen wieder zusammenzuführen. Und damit habe ich wieder eine Form, also ein Objekt. Keine Gruppierung, ganz wichtig, das ist keine Gruppierung, das ist wieder ein neues Objekt. Ich kann jetzt hier nicht mehr einzeln auf diesen Kopf zugreifen. Ich kann hier nur ein Textfeld einfügen. Wenn ich tatsächlich das wieder einzeln haben möchte, dann muss ich das auseinanderbrechen. Der große Unterschied zum Gruppieren ist der, als Gruppe habe ich wirklich eine Gruppe aus zwei einzelnen Formen und ich kann jede einzelne Form durch ein Doppeltippen wieder aufrufen oder ich tippe raus und wähle die gesamte Gruppe an. Ich gruppiere das wieder, beziehungsweise ich degruppiere das auf Nichtgruppieren im Pinselmenü. Du siehst, das Pinselmenü ist jetzt sehr abgespeckt für eine Gruppe. Für eine Gruppe gibt es nun mal nur wenige Funktionen, deswegen hebe ich das Ganze hier wieder auf und mein Pinselmenü ist wieder viel umfangreicher. Dann gehe ich auf Anordnen, Formen zusammenfügen. Vielleicht wird dir jetzt an der Stelle klar, das Pinselmenü ist sehr komplex, aber es passt sich eben entsprechend immer dem Objekt an, was du gerade ausgewählt hast und so bleibt es doch wieder sehr übersichtlich. Okay, wir haben diesen Hund ohne Leine. So, wie kriegst du den jetzt, wenn du jetzt wirklich einen richtig freilaufenden Hund haben möchtest, den du immer wieder verwenden möchtest in deiner Präsentation, wie kriegt man den jetzt gespeichert? Einfach auswählen, nochmal drauf tippen und dann die Schnellaktion zu Formen hinzufügen. Wenn ich das mache, dann lande ich in meiner Formvorlage. Wenn hier noch eine Suche aktiv ist, Hund, dann muss ich das Ganze deaktivieren, abbrechen und dann gehe ich ganz nach rechts zu Meine Formen und dann finde ich ganz unten diesen Hund. Du siehst, ich habe ihn jetzt hier zweimal drin, denn ich habe den ja schon mal angelegt. Ich kann ihn hier also jetzt, wenn ich lange drauf bleibe, kann ich ihn umbenennen, kann aber auch diese Form wieder löschen, wenn ich sie nicht brauche. Ja, die löschen wir jetzt als Formatvorlage. Und du siehst, ich habe hier sehr viele eigene Formatvorlagen bereits. Okay, wir haben dieses kleine Hündchen. Wir brauchen zu dem Hündchen aber noch ein Herrchen oder ein Frauchen. Und naja, wenn ein Hund im Spiel ist, finde ich es wichtig, dass wir das Ganze mit Hirn angehen. Deswegen brauchen wir die Form Hirn. Hier nutzen wir wieder die Suche unter dem Plus-Menü im Untermenü Formen und gebe hier Gehirn ein. Da ist auch schon, sind drei Dinge, die mit dem Gehirn zu tun haben. Ich nehme das Ganze rechts. Die Frontansicht vom Gehirn, ist das nicht schön? Wunderbar. Okay. Dieses Gehirn habe ich hier und das möchte ich jetzt noch farblich, denn ein schwarzes Gehirn ist irgendwie komisch. Ein schwarzen Hund kann es geben, aber ein schwarzes Gehirn wäre vielleicht ein Rauchergehirn. Wer weiß. Das Pinselmenü, Stil, denn jetzt passe ich den Stil an von diesem Gehirn und wähle Pink aus. Ich kann hier übrigens noch weitere Füllungsfarben verwenden, dazu jetzt aber nicht mehr. Also ein pinkes Gehirn. Okay, und dieses pinke Gehirn gehört natürlich zu einer Person. Gehe wieder auf das Plus-Menü, lösche meine Suche und gebe hier Mensch ein. Du siehst, die Suche ist sehr, sehr mächtig, denn dann sind wir viel schneller. Wähle den Mensch aus, skaliere ihn ein bisschen größer. Und positioniere ihn hier mal. Okay, das ist zugegebenermaßen. Das Gehirn ist ein bisschen groß. Wir machen es kleiner, aber das ist noch hinten dran. Wie bekomme ich das jetzt hier nach vorne? Ja, das ist eine Eigenschaft, und zwar eine Ebeneneigenschaft. Und eine Eigenschaft ändere ich unter dem Pinselmenü. In dem Fall ist es eine Anordnung. Und hier oben habe ich einen Schieberegler. Und so kann ich mit den drei Objekten auch drei Positionen einnehmen. In dem Fall will ich ja mein Gehirn ganz oben haben. Jetzt ist das Gehirn auch übrigens über dem Hund. Okay, dann machen wir es noch ein bisschen kleiner. Das Pinselmenü passt sich ja immer an. Was passiert jetzt eigentlich mit dem Pinselmenü, wenn ich das Gehirn und den Mensch anwähle? Ja, dann wähle ich doch einfach mal beides aus. Und auf einmal habe ich mit dem Gehirn und der Form Mensch, beides sind ja Formen, hier unten noch diese Formen-Zusammenfügen-Funktionen. Das ist nicht nur Zusammenfügen hier als Option, sondern auch noch eine Schnittmenge bilden. Und dann wähle ich jetzt mal diese dritte Schallfläche aus, und dann wirst du sehen, was passiert. Zack, Hirn ist weg. Okay, da wo das Hirn war, da ist jetzt das Hirn weg, und du siehst, das ist wirklich eine ausgeschnittene Form. Und so kannst du dir extrem komplexe Formen selber basteln, was, finde ich, ein ganz großer Vorteil ist. Okay, Hirn ist weg, wir brauchen wieder ein Hirn. Also Plusmenü, Suche, Abändern, Auf, Gehirn, wähle das Gehirn aus. Nur zur Übung, Pinselmenü, Hirn, Pinkmann. Okay, das Hirn ist pink. Damit auch jeder weiß, dass wir hier mit einem Gehirn zu tun haben, brauche ich jetzt hier eine Beschriftung, denn wer soll hier auch schon erkennen, dass es ein Gehirn ist. Also muss ich eine Textbox hinzufügen. Hinzufügen heißt Plusmenü, dann meine Auswahl abbrechen. Und die einfachste Form, die es sozusagen gibt, ist hier unter Einfach, Text. Text ist eigentlich auch eine Form, aber eben eine leere Form, wo aber schon ein Text hinzugefügt ist. Also, das heißt leere Form. Sie ist schon gefüllt mit Text, aber ohne Hintergrundinhalt. Wenn ich jetzt auf das Pinselmenü gehe, dann kann ich den Hintergrund unter Stil entsprechend anpassen. Hier gibt es schon ein paar Vorlagen. Auch hier wieder gibt es massig weitere Optionen. Hier einfach mal rumspielen, rumprobieren und schauen, was es so alles gibt. Ich wähle jetzt diese rote Vorlage aus. Und du siehst, der Text wurde ein bisschen größer. Und ich habe hier meine Textbox. Okay, den Text kann ich verändern, indem ich hier auf Text gehe und am Pinselmenü. Hier kann ich den Text größer machen. Ich kann auch eine Textvorlage auswählen. Alles toll und aber auch irgendwie langweilig jetzt erst mal. Und ich kann auch was anderes machen. Denn dieser Text hier, der soll jetzt zusammen mit dem Gehirn bewegt werden. Also wenn ich das hier bewege, dann soll sich das Gehirn gleichermaßen bewegen. Und hier ist jetzt die Funktion Gruppierung wichtig. Wichtig! Ich wähle einfach beides aus, gehe auf Anordnen und Gruppieren. Als Gruppe kann ich jetzt das Ganze zusammen mit einem Mal vergrößern, verkleinern, drehen oder auch bewegen. Okay, soweit erstmal ganz gut. Jetzt ist diese Person mit dieser schwarzen Füllung ein bisschen langweilig. Und ich könnte dieser Person natürlich eine bestimmte Farbe als Hintergrund geben oder einen Verlauf. Oder auch, wenn ich hier auf Stil gehe, kann ich unter Füllung auch ein Bild als Inhalt machen. Und dazu müsste ich dann hier ein Bild auswählen. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, wie du die Füllung von zu einer Person verändern kannst. Und dazu mache ich jetzt hier einfach mal wieder die Füllung auf schwarz und füge jetzt ein Bild hinzu. Das kannst du entweder über das Plus-Menü machen, hier oben rechts auf die Schaltfläche mit den Bildern. Dort kannst du deine Fotogalerie aktivieren und dann kannst du dort ein Bild hinzufügen. Oder wir machen einen Screenshot und schieben diesen per Drag & Drop hier in die Präsentation rein. Dazu gehe ich einfach mal auf den Home-Bildschirm, erstelle einen Screenshot, halte diesen fest und öffne Keynote erneut und lasse es hier fallen. Das funktioniert übrigens als Drag & Drop-Funktion mit jeder anderen App auch. Jetzt ist das Bild hier drin und ich kann es entsprechend bearbeiten, verändern, hin- und herschieben. Übrigens, wenn ich einen Doppeltipp auf das Bild mache, dann kann ich die Schnellaktion zum Beschneiden aufrufen. Das heißt, ich kann hier Bildinhalte einfach wegschneiden und das Ganze bestätigen. Wenn du damit nicht zufrieden bist, dann kannst du natürlich da wieder einen Doppeltipp drauf machen und das Ganze entsprechend zurücksetzen. Diese Funktion vom Beschneiden, das ist eben eine Schnellfunktion durch einen Doppeltipp. Du kannst das Ganze aber auch eben aufrufen über das Pinselmenü und dort auf Bild und dann Maske bearbeiten oder Maske entfernen. Und genau das ist jetzt auch der springende Punkt. Wir können hier eine Maske bearbeiten, die eben etwas mehr ist als nur eine Beschneidung links und rechts, oben und unten. Wir können jetzt diese Form hier, diese Person mit dem Gehirn, als Maske verwenden. Dazu wähle ich die Person aus, ändere erstmal die ebenen Reihenfolge. Jetzt haben wir mittlerweile vier Objekte, Hund, Person, Gehirn, Bild. Deswegen haben wir hier vier von diesen kleinen Strichen und schiebe die Person ganz nach vorne und packe das Ganze hier drüber. Wenn ich jetzt die Person und das Bild zusammen auswähle, dann habe ich auf einmal eine weitere Funktion, nämlich hier in diesem Schnellkontextmenü mit Form maskieren. Und genau darum geht es hier. Wenn ich jetzt das Ganze aktiviere, dann siehst du diese Person so ein bisschen gestrichelt, umrandet und links und rechts davon oder alles, was nicht zur Person gehört, wird so ein bisschen ausgebleicht dargestellt. Das Ganze bestätige ich jetzt mit Fertig. Und du siehst, ich habe auf einmal mein Bild mit dieser Person maskiert. Und im Pinselmenü erkennt man, es ist keine Form mehr. Ja, ich habe hier tatsächlich ein Bild mit einer speziellen Maske. Das erkennt man vor allem dann, wenn ich jetzt hier das Gehirn auswähle. Das ist ja eine Form. Ja, Quatsch, das ist eine Gruppe. Ich wähle jetzt den Hund aus. Hund ist eine Form. Das heißt, ich habe hier Stil, Text und Anordnungsfunktionen. Und für das Bild habe ich Stil, Bild und Anordnungsfunktionen. Also ein bisschen andere Dinge. Ich merke gerade, mein Text ist hier verschwunden. Wo bist denn du hin? Okay, kleiner Ausflug am Rande. Wir haben nun alles, was wir brauchen für unsere Animationen. Den Hund, das ausgeschnittene Bild und eine Form mit Textbox. Und diese Textbox soll eigentlich vorne sein. Deswegen Pinselmenü anordnen nach vorne. Okay, wie füge ich jetzt hier eine Animation hinzu? Animationen kannst du hinzufügen über das Dreipunktmenü. Und dann die Option bzw. den Modus Animieren aktivieren. Oder du kannst die Animierungsfunktion auch aktivieren, indem du einfach ein Objekt antippst und über den Schnellzugriff hier Animieren auswählst. Und dann kommst du eben diese Animationsansicht und kannst nun ganz vieles machen. Wir fügen hier unten keinen Aufbau und keinen Abbau hinzu, sondern eine Aktion für den Hund. Der Hund, der soll sich nach oben bewegen und dann erzeuge ich hier einen Pfad. Pfad erzeugen. Und jetzt kann ich ganz wild hier irgendeine Bewegung aktivieren. Ich halte es aber schlicht. Ich lösche das nochmal. Und zwar eine gerade Linie einfach nur nach oben. So, fertig. Jetzt kann ich diesen Bewegungspfad noch verändern, indem ich nochmal auf diese Schaltfläche draufdrücke, kann die Dauer einstellen, verschiedene Optionen. Hier ist es wichtig, dass du unter Beschleunigen einfach mal ohne auswählst. Und unter Tippen kannst du noch sagen, dass das Ganze automatisch ohne Verzögerung passieren soll. Tipp nach Übergang heißt, wenn die Folie erscheint, soll diese Animation sofort geschehen. Weil wir nur eine Folie haben, passiert es einfach sofort, wenn wir die Präsentation starten. Okay, der Hund fliegt nach oben. Jetzt können wir hier noch weitere Animationen hinzufügen. Also wir können es über diesen Play-Button einfach kurz testen. Wir haben gesehen, der Hund bewegt sich nach oben. Toll. Nun fügen wir eine weitere Funktion hinzu, auf Plus, Drehen. Der Hund soll sich nämlich noch drehen. Dann gehe ich auf das X und aktiviere hier nochmal die Bearbeitungsfunktion von der Drehaktion. Gehe drauf und passe das von der Dauer genauso an, wie die Bewegungsfunktion. Nämlich, während er sich 0,30 Sekunden nach oben bewegt, soll der sich hier in 0,30 Sekunden drehen. Und zwar 360 Grad rum. Einmal im Kreis. Und das Ganze bitte, ja, das kann man mit Beschleunigung machen. Das passt. Sieht ein bisschen toller aus. Und der Start nicht per Tippen, sondern direkt mit der ersten Animation. Und jetzt wird nämlich folgendes spannend. Hier oben rechts hast du nämlich alle Animationen auf dieser Folie. Wenn ich da draufgehe, auf diese drei Striche, dann wird das Animationsreinfolgen-Menü aufgerufen. Und wir haben hier die zwei Funktionen. Bewegen, drehen. Und beides passiert zusammen mit Animationen 1 ohne Verzögerung. Der Hund soll ja auch nicht in der Luft hängen bleiben, sondern er soll wieder runterkommen. Also Plus. Fahrt erzeugen. Und dann fahre ich einfach die gestrichenen Linien wieder zurück. Bis zum Ende. Fertig. Und auch hier wieder die Option anpassen. 0,3 Sekunden passt. Nach Animation 2, das stimmt auch, denn er soll ja erst hoch sich drehen und dann soll er erst mal wieder nach unten fallen. Okay. Das Gleiche kann ich jetzt für das Gehirn machen. Denn wenn sich ein Hund bewegt, dann freut das unser Gehirn und das Gehirn soll wackeln. Also auch hier füge ich eine Aktion hinzu. In dem Fall mache ich es ganz banal. Gehe wieder zurück über das X und kann hier noch das Wackeln ein bisschen verändern. Eine Sekunde ist okay. Nicht per Tippen. Das kann ich jetzt hier ändern. Oder auch hier in diesem Abfolgenfeld. Und zwar soll dieses Feld hier, diese Animation, die kann ich jetzt per Drag & Drop verschieben. Das soll entweder ganz am Anfang passieren oder einfach hier, wenn der Hund sich nach oben bewegt, dann kann ich sagen, mit Animation 1, das heißt, der Hund bewegt sich hoch, das Gehirn wackelt sofort, dann soll sich der Hund sofort drehen und sich dann noch wieder nach unten fallen. Okay. Wie sieht das Ganze aus? Wir können das Animationsmenü beenden, indem ich hier auf Fertig klicke und dann auf Play. Und so sieht unsere Animation aus. Das war es auch schon. Jetzt tippe ich noch mal drauf, dann beende ich die Animation und das Ganze speichern wir jetzt ab. Hier auf das Drei-Punkt-Menü. Da kannst du ganz langweilige Sachen machen, wie Drucken oder Teilen. Wir brauchen das Exportieren. Und zwar nicht als PDF oder PowerPoint. Hier kannst du es auch transferieren, aber Finger weg davon, denn solche Animationen funktionieren oft in anderen Programmen nicht mehr so gut. Man kann es als Film abspeichern und wir brauchen hier ein GIF. Ein GIF ist ein selbstablaufendes Bild. Die Größe groß, Folienbereich passt. Wir haben auch nur eine Folie und das Ganze exportiere ich. 15 FPS bedeutet 15 Bilder pro Sekunde. Ist für ein GIF völlig in Ordnung. Exportieren. Dann fragt er hier, mit wem möchte ich es teilen. Das ist die Voransicht. So sieht das Ganze aus. Teilen. Und in Dateien sichern. Ich kann das Ganze noch umbenennen. Das Ganze nenne ich jetzt Hundi 1. Fertig. Und sichern. Jetzt habe ich ein GIF gesichert und jetzt einfach mal die Dateien-App aufrufen. Also diese hier. Aufrufen. Und hier habe ich mein Hundi 1. Und wenn ich das öffne, dann habe ich hier das GIF, das heißt ein selbstablaufendes Bild. Das ist wunderbar. Und dieses Bild kann ich jetzt auch beziehungsweise es ist ja nicht nur ein Bild, das ist ein ganzes GIF, kann ich jetzt per Drag & Drop auch hier wiederum in einer Präsentation einfügen und als Video sozusagen verwenden. Mit den Werkzeugen, welche ich dir jetzt gezeigt habe, kommst du schon mal richtig weit und vor allem probiere jetzt erst mal aus. Eine Woche lang einfach mal ausprobieren, was man noch so alles machen kann. Einen kleinen Ausblick habe ich dir ja schon im Intro gegeben und das zeige ich dir gerade noch mal kurz. Ich gehe rein in die Präsentation, welche ich erstellt habe, die übrigens nur eine einzige Folie hat, aber hier kommt ein GIF vor als Vogel, der sich bewegt, welche ich animiert habe in einer anderen Präsentation. Eine Form, welche sich bewegt, auch diese Ente hier, was ich dir nicht gezeigt habe, ist Text mit Bildhintergrund oder auch eine handschriftliche Skizze hinzufügen, welche dann animiert wird, als wird es tatsächlich geschrieben. Du siehst, es gibt viele Möglichkeiten, die es hier noch zu entdecken gibt. Probier es einfach mal aus, vielleicht findest du es ja selbst heraus. Ansonsten kommt mein Video in einer Woche zu einem dieser Themen nochmal im Detail, wie was geht, zum Beispiel zu Formen, Animationen und so weiter und so fort. Ach, übrigens, noch so am Ende. Wenn du mehr als nur eine Folie brauchst, ganz unten links findest du die Möglichkeit, hier natürlich weitere Formen hinzuzufügen. Dann kannst du nämlich deine Präsentation schön langweilig vollglatschen mit Text. Schön, dass du bis zum Ende durchgehalten hast. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen und auch gefallen. Wenn ja, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch und ein Abo. Das macht man ja heutzutage so. Man abonniert einfach und kriegt kostenlos Informationen und wird informiert über Informationen. Ist das nicht Hammer? Schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, in einer Woche folgt das nächste. Beziehungsweise ich plane es zumindest so. Ciao.